So, ich habe die Mikrofon-Situation vom letzten Mal ein bisschen geändert. Ich habe jetzt hier den kleinen angesteckt mit den anderen. Ja, soll auch was funktionieren. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja, ich habe heute für euch ein New Beauty Star Video oder neue Schminke. Und ja, ich habe bei Douglas bestellt. Ich habe das erste Mal bei Flaconje bestellt. Und ich habe bei Lisa Eldridge bestellt. Lippenstifte, die ich übrigens noch nicht ausprobiert habe. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Nastja und hier auf diesem Kanal dreht sich auch alles um Beauty, Fashion, Lifestyle und es gibt auch Vlogs. Wenn du auf diesem Kram stehst, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn dir am Ende das Video gefällt, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich fange mal an mit einem der größten Pakete und das von Douglas. Da gab es nämlich noch eine Gratis-Tasche dazu, über die ich mich nicht so gefreut habe. Die irgendwie denke ich, toll, was soll ich mit der jetzt anfangen? Ja, aber ich zeige euch, was ich da so alles bestellt habe und was es eigentlich Gratis gab. Und das ist der Grund, warum ich bei Douglas immer so gerne bestelle als woanders. Weil bei Douglas gibt es immer so schöne Gratis-Produkte. Das gibt es bei Flaconje nicht und das gibt es so selten bei Sephora. Douglas hat meiner Meinung nach was zu bieten. Also man kann wirklich was Neues entdecken. Die zahlen regelmäßig zum Beispiel ein Beauty-Bag mit fünf Gratis-Produkten, die teilweise Full-Size sind, den man sonst nie so bezahlt hätte. Kann man halt gratis testen. Das finde ich halt bei Douglas mega cool. Man muss halt nur ein bisschen warten auf das beste Angebot. Und meistens bestelle ich dann auch was. Ich lege was in den Warenkorb rein und sobald es eine coole Aktion gibt, bestelle ich es. Und so kassiere ich ganz viele coole Gratis-Produkte, die ich sonst hätte so nicht bestellt oder nicht bezahlt oder keine Ahnung. Und ja, das finde ich halt so cool. Und ich habe schon einiges abstauben können. Ich habe zum Beispiel von Kylie Skin in Full-Size-Größe eine Augencreme, die ich absolut nicht gut finde, ehrlich gesagt. Ich hätte niemals in meinem Leben bei Kylie Skin bestellt oder irgendwas von den Produkten gekauft, weil mich da einfach absolut nichts flasht. Und das ist eigentlich für mich so irgendwie Marketing-Dings für die Fans von Kylie. Wisst ihr, was ich meine? Also mich juckt die Marke so gut wie gar nicht. Auch die Lipkets haben mich nie gejuckt oder so. Ich weiß nicht. Den Hype darunter verstehe ich nicht. Aber ja, das ist halt eben Hype-Geschmackssache. Die Kylie an sich finde ich ja richtig hübsch und so. Aber die ganzen Kardashian-Clan ist so für mich persönlich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch, was ich bei Douglas so gekauft habe. Das ist halt das Gratis-Back. Ich habe natürlich schon alles ausgepackt und ausprobiert. Ich bin sehr ungeduldig. Das ist halt das Gratis-Back, den ich euch gleich zeigen werde. Und was ich mir eigentlich bestellt habe, ist einmal von Wayne dieses Texturspray. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal. Ich hatte mal von dem das Haaröl gehabt und ich fand das gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Texturspray. Aber ich bin, wie ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen Textursprays. Oder also ich suche nach einem Produkt, wo ich nicht diesen ekligen Film auf den Haaren hinterlässe. Also da bin ich echt so empfindlich. Ich mag es nicht. Wenn ich die Haare gewaschen habe, dann sprühe ich das da rein und dann fühle ich es, dass ich dann nicht mehr durchfahren kann. Ja, und da kann ich gleich am liebsten nochmal meine Haare waschen. Ja, und wir reden nicht mal über meine Haare. Ich habe sie nochmal gefärbt und es gefällt mir immer noch nicht. Und egal. Dann habe ich mir eine neue Palette bestellt, die ich bei Andrea Allee gesehen habe. Und zwar meine erste Palette. Ich hatte sonst immer nur Mono-Lidschatten von denen. Und ich glaube, ich hatte auch meine Foundation. Und zwar von Nars, das Orgasm, aus dieser Orgasm-Reihe. Ich fand die bei Andrea Allee so schön. Und das ist, was mich auch richtig stört, dass diese Belichtung so teilweise hochgedreht wird, dass man die richtige Farbe nicht sieht. Und bei ihr im Video sagt, war die wieder weiß, die Palette. Aber sie ist leicht rosa. Entweder habe ich die falsche Palette erwischt oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das auch aufgeregt. Naja, auf jeden Fall heißt die Orgasm Rising. Und ich finde die Palette eigentlich an und für sich schön. Bisschen langweilig. Ich fand sie eigentlich im Video viel schöner, ehrlich gesagt. Aber jetzt so finde ich die eigentlich, so sieht die aus, finde ich die eigentlich relativ langweilig. Ich glaube, ich hätte das so nicht gekauft, wenn ich das jetzt im Video nicht gesehen hätte. Aber ich hoffe, dass die Performance, die ich im Video gesehen habe, wirklich gut ist. Ich habe sie bis jetzt nur einmal ausgetestet. Vielleicht zweimal. Ein bisschen aber noch nicht so entgütig, dass ich sagen kann, oh Gott, ist die Palette blöd. Die sieht halt so aus. Die hat wirklich schöne Farben. Aber es sind halt Farben, die ich schon wahrscheinlich irgendwo in meiner Palettensammlung habe. An und für sich ist die für mich nichts Neues auf den Markt. Aber ich bin gespannt, wenn ich mit der dann ein bisschen spiele, ob sie mich vom Gegenteil überzeugen könnte. Aber so an und für sich ist die schön. Und vielleicht für einen, der nicht so Make-up-Geek ist wie ich. Der hat sie vielleicht noch nicht in ihrer Sammlung oder so. Aber die hat eine schöne Alltagspalette, auch für den Frühling, Sommer geeignet. Und ihre Looks, wo sie mit der Palette schminkt, sehen wirklich mega schön aus. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Looks mal auch mal anfühle. Tun sie sich natürlich absolut gut an. Und auch die Performance kann man auch nicht meckern. Also ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten mit der Palette schminken, ein bisschen Spiel. Und an und für sich ist das eine schöne Palette. Aber ich glaube, ich hätte sie so nicht gekauft, weil die eigentlich für mich nichts Neues ist. Aber mal gucken. Dann habe ich mir was von MAC bestellt. Das soll wohl der Dupe zu diesem MAC Lipgloss sein. Das von Bad Cosmetic Glossy. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht getestet. Jetzt habe ich das Original bestellt. In Minivision von MAC Lipgloss. Und ich habe es auch noch nicht mal ausgepackt. Ich weiß nicht, wie die Fullstars Vision aussieht. Ich habe da gesessen und ich musste auf 99 Euro kommen, um diese gratis Tasche zu bekommen. Und ich saß da und habe durch meine Wunschliste gescrollt. Irgendwas, was noch so ein bisschen, ein paar Euros. Damit ich es, naja, auf jeden Fall lange Geschichte, kurzer Sinn, habe ich mir das hier noch bestellt. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich probiere das jetzt auch mal aus. Ich gucke mir so ein Dings wieder. Naja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Halt Lipgloss, ne? Aber ich fühle den und das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn ich den fühle. Dann habe ich noch von The Ordinary Regional 0,2% mit Squalane bestellt. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das gesehen, dass die voll gut sind. Ich habe eins bestellt, aber das war das Falsche irgendwie. Auf jeden Fall wollte ich Retinol haben und nicht irgendwie was anderes. Und jetzt habe ich mir das nochmal nachbestellt. Ich bin gespannt, ob das das Richtige ist. Keine Ahnung, kommt wieder so durchsichtige Flasche. Ich muss da nochmal nachgucken, warum ich das bestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch bestellt. Ich habe so viele Beauty-Produkte in meinem Schrank stehen. Ich traue mich gar nicht mehr, was Neues zu kaufen, zu bestellen. Diese Pflegeprodukte haben. Dann haben wir noch Pröbchen hier. Paco Roban One Million. Das kriegt mein Mann gleich. Und eine Million Pröbchen nochmal. BioTerm Tutel Eye Cream. Okay, das muss ich mal. Ich habe meine Augencreme nämlich zu Ende gegangen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen. Mit kühlenden Effekt. Tränenden Sekten auftreten. Okay, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das was, obwohl ich kein Fan von BioTerm bin. Ja, und jetzt kommen wir zu der Gratis-Tasche. Okay, das war halt die Gratis-Tasche. So sieht die aus. Hat auch innen ein Reißverschluss. Dings. Innen-Taschen-Reißverschluss. Also so ein YouTube-Beutel. Und da drinne war einmal Douglas Essentials Face and Eyes Cleansing Vibes. Also 10 Make-Up-Remover. Ich glaube, das nehme ich mit in den Urlaub. Wir fahren dieses Jahr mit Wohnmobil durch die Gegend mit den Hundis. Wir packen die Hundis ein und fahren nach Kroatien mit dem Campingmobil. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Praktisch. Würde ich aber so nicht benutzen. Dann haben wir hier eine Lichtschutz-Faktor. New Sensational Sun Protector Fluid SPF 30. Von Lancaster. Das finde ich auch ganz cool. Für den Urlaub allemal gut. Oh, ist aber immer so eine Mini-Packung, ne? Naja. Für unterwegs bestimmt voll cool. Dann haben wir hier eine Giorgio Armani Luminex Silk Foundation Pröbchen. Die Farbe ist wahrscheinlich voll falsch. Aber für den Urlaub bestimmt cool. Wenn ich dann gebräunter bin, dann passt die Farbe auch wahrscheinlich richtig gut. Ansonsten kann ich die ja mixen mit einer viel zu helleren Foundation. Und dann haben wir hier eine Full-Side-Größe, glaube ich, für die Hände zum Waschen. Händewaschen. Von Rituals of the Cora Blossing oder Blossoming Hand Wash. Rice Milk und Cherry Blossing. Und dann gab es noch ein extra Überraschung-Teil. Und zwar Parfüm. Also das war hier in dieser Tasche verpackt. In dieser Chloé-Tasche. Was ein für sich auch voll süß ist. Diese zwei Parfümproben, die größer sind, eingepackt. Und zwar von Chloé. Nomade. Edo Toilette. Nomade. Ich finde das so süß, diese Mini-Teile. Hä, ist da was? Das ist ja komplett ausgelaufen. Das gibt's doch nicht. Ach, nö. Oh, was für ein Fehler ist das denn? Ach, nee. Das ist komplett ausgelaufen, Leute. Da ist ganz kleines bisschen drin noch. Ach, wie schade ist das denn? Oh, na ja. That's it. That's life. That's life. Gerade von Douglas Geschwärmt und dann sowas. Und dann auch von Chloé, Fleur de Parfum. Noch kleiner. Gerade geschwärmt und dann passiert sowas, ne? Oh, oh, pie. Piepie. Das ist total süß, Leute. Oh, mein Gott. Oh, das riecht auch gut. Hm. Ja, das riecht auch gut. Da freue ich mich. Vielleicht nehme ich das auch mit in den Urlaub. Das ist aber jetzt schade von den einen, ne? Naja. That's life. Und ich habe was vergessen, was ich noch bestellt habe. Ach, die Tasche. Ich weiß nicht, was ich mit der Tasche anstellen soll. Urlaub nehmen. Verkaufen. Einkaufen gehen. Geht jemand, ähm, Hund, Essen mit einer Douglas-Tasche durch die Gegend einkaufen? Ach, keine Ahnung. Das wäre jetzt auch, was ich bei Douglas bemängel. Jetzt würde, dass manche Teile aus einem anderen Shop kommen, wie zum Beispiel hier bei Film Dreams. Das kam halt von Parfum Dreams und das finde ich halt blöd, dass dann drei Pakete von Wonders kommen. Und da habe ich mir eigentlich nur das hier bestellt. Ähm, Dreamcoat von Wow Color Wow. Und ich habe gedacht, das wäre größer, aber es ist so eine Mini-Vision. So eine richtig, richtig kleine Mini-Vision. Von High Spray ist das, ne? Supernatural Spray. Dreamcoat. Muss ich nochmal nachsehen, wie das funktioniert. Aber ich war halt neugierig, weil ich das jetzt schon so öfters in Social Media gesehen habe, was der Hype dahinter ist. Sollte man wohl auch auf die nasen Haare drauf tun und dann halt einbeißieren und trocknen lassen, ne? Ähm, ja. Weiß ich noch nicht. Ich sage Bescheid, wie ich das finde. Vielleicht ist das die Rettung für meine Haare. Ach, ich sollte mich echt mehr um meine Haare kümmern. Das ist echt momentan. Ach, ja. That's my life. Ja, eigentlich wollte ich wieder Bestellung machen, weil meine Tagescreme zu Ende geht. Und, ähm, normalerweise bestelle ich sie bei Douglas, aber ich habe fast gestellt, dass sie bei Douglas teurer geworden ist. Und, ähm, dann habe ich halt überall gegoogelt, wo ich sie noch am günstigsten kriege. Weil bei Douglas hat sie 41 Euro gekostet und da war es meistens immer am billigsten für 36 Euro. Und jetzt war sie halt teurer. Und, ja, ich habe sie tatsächlich bei Flakoni gefunden und damit machen wir weiter. Und das war halt der Grund, dass ich bei Flakoni das erste Mal bestellt habe. Und das ist halt der ganze Inhalt, ne, von Flakoni. Ich war ein bisschen enttäuscht. Pröbchenauswahl auch nicht so schön. Also von daher, naja, aber ich will mich noch nicht beschweren. Also Pröbchenauswahl, das war das hier. So von Black Opium Perfüm. Nicht mal diese Spray-Teile, sondern wirklich so Papier-Dinge. Und dann noch hier so eine, so eine Tüte halt mit SPF zum Sonnenschutz, ne. Und dann zwei Gutscheine oder was auch immer das ist, ne, die halt niemand benutzt. Also ich jedenfalls nicht. Ja, und dann halt meine Creme. Die Clinique Redness Solution. Die habe ich halt dort bestellt. Ja, die kennt ihr schon. Und dann habe ich festgestellt, dass die Kiko haben. Also ich habe bis jetzt noch nie irgendwo anders Kiko gesehen, ne. Also, aber die hatten einfach Kiko da. Und ich war ja auf der Suche nach den Kontursticks von Kiko. Und ich habe sie dort gefunden. Also die hatten wirklich komplettes Kiko-Sortiment dort. Und ja, da habe ich gedacht, bevor ich extra bei Kiko bestelle, bestelle ich sie doch halt dort. Und ich habe sie auch sogar in zwei Farben mitbestellt. Zwar einmal die 200. Und das ist eine riesengroße Packung, muss ich sagen. Die Konturstick von Kiko. Guck dir mal, wie groß das ist. Also das ist wirklich schon richtig groß. Und das ist einmal die Farbe. Die sieht hier total gelb aus, aber die ist schon arschig, ne. Also eigentlich ist die relativ arschig. Und für mein, für mein Gesicht wahrscheinlich. Oh Gott, die sieht hier so gelb aus. Aber eigentlich ist die arschig. Oder doch gelb? Naja, auf jeden Fall zum Konturieren und Bronzen eine gute Farbe. Und ich hoffe, sie passt mir auch. Und dann habe ich 201. Das sind so riesen Sticks für 11 Euro. Es ist echt gut. Und das ist nochmal richtig schön grau. Richtig arschig. Ne, also das ist... Mega cool. Also einmal zum Konturieren, einmal zum Bronzen. Mega gut. Ich freue mich, dass ich alle beide bestellt habe. Und ich bin gespannt. Ich habe heute natürlich noch nicht getestet, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich möchte gerne mich mit Cream-Produkten ein bisschen auseinandersetzen. Und das war so der Einstieg. Die anderen Cream-Produkte von anderen High-End-Produkten waren mir noch ein bisschen zu riskant. Und ich dachte, ich fange damit an und probiere das aus. Und ich wollte nur Kontursticks. Ich wollte nicht... Also NYX hat ja Kontursticks auch, aber die haben auch diesen Concealer auf der anderen Seite. Und ich habe vor kurzem diese Stifte weggeworfen, weil die schon so uralt war. Aber diese andere Seite benutze ich nicht, weil ich benutze ganz normalen Concealer. Und ich wollte einfach nur Kontursticks haben, die nicht so teuer sind. Und das waren halt die beiden. Und dann habe ich mir noch eine Mascara gekauft. Die war auch dort am günstigsten. Und die habe ich auch heute drauf. Ich weiß noch nicht, was ich von der halten werde. Ich habe gedacht, die hält den Schwung besser. Aber irgendwie... Oder es kommt mir so vor, geht das Schwung ein bisschen weiter runter. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir noch nicht sicher, was ich von der Mascara halte. Die habe ich auch übrigens der André Alli nachgekauft. Der Auftrag fürs erste Mal, das habe ich ja heute gemacht, finde ich gar nicht so schlecht. Wirklich gar nicht so schlecht. Die verklebt die nicht. Die trennt die wirklich richtig gut. Aber das ist jetzt kein natürliches Finish, finde ich. So, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Also ich würde schon weiter gerne austesten und weiter mit der üben. Die Lash Clash von Yves Saint Laurent. Genau, die habe ich noch nicht gesagt, was das für eine ist. Also der erste Eindruck war echt nicht schlecht. Und ich bin gespannt, was ich noch daraus holen kann. Es gibt die auch noch im Braun. Ich habe gedacht, wenn die mir im Schwarz gefällt. Ich habe aber bis jetzt noch nicht gefunden, ob es die ein Wasserfest gibt. Aber mal gucken. Vielleicht reicht das jetzt auch schon so aus, wenn die nur so ist. Weil normalerweise benutze ich nur wasserfeste Mascaras, weil die dann bei mir einfach besser halten und nicht abstempeln. Aber wir werden schauen. Und ja, ich habe gesagt, wenn mir die gefällt, bestelle ich mir die nochmal im Braun, weil ich hätte gerne noch so eine braune Mascara. Und dann machen wir mit den besten Teil dieser Bestellung, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe. Ich wollte noch bei Hindisch bestellen, aber die waren ausverkauft, das was ich haben wollte. Jetzt stehe ich da auf der Wartelist und sobald die online sind, sobald das wieder verfügbar ist, bestelle ich das. Das ist das, wonach ich schon länger Ausschau halte, aber bis jetzt noch nicht getraut habe, weil ich knapp bei Kasse war. Und ich habe mich jetzt mit diesen Produkten belohnt quasi. Ich saß da an den Abend und habe bestellt und bestellt und so. Und ja, jetzt habe ich endlich bei Lisa Eldridge bestellt und ich freue mich drüber. Das habe ich auch auf Empfehlung von André Ali bestellt. Die meisten Sachen bestelle ich tatsächlich auf ihre Empfehlung, weil irgendwie vertraue ich ja am allermeisten von allen. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall machen wir mal. Also es ist schon offen, aber ich zeige euch die Produkte. So kam das halt hier an. Voll süß, oder? Hat gar nicht so lange gedauert. Finde ich voll cool. Da war Papier noch drin in diesem Paket, Paket, aber das habe ich jetzt rausgeworfen. Man konnte noch aussuchen, gratis Pröbchen, Foundation, was sie auch jetzt neu auf dem Markt hatte. Und man konnte zwischen den ganzen Shades entscheiden, welcher eher deins ist. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das mir passen würde. Wir werden sehen. Ne, das war halt gratis. Dann gab es noch das hier gratis. Die hat ja jetzt auch Skin-Linie, also Pflegeprodukte noch für die Gesichtshaut rausgebracht. Hier ist ein Pröbchen auch noch. Bin sehr gespannt. Squalene ist auch da drinnen. Und ja, und das sind so Produkte, die ich bestellt habe. Drei Lippenstifte und ein Lip-Liner. Ja, schauen wir mal rein. Mich hat besonders die Velvet-Reihe interessiert. Und ich war mir nicht mehr sicher, welche das war. Die André Ali hat dir gezeigt und ich fand, das ist der velveste Rot überhaupt ever auf dieser Welt. Und ich wollte unbedingt dieses Velvet-Zeug ausprobieren. Dieses, ich habe ja diese von Givenchy. Die sind auch Velvet, aber ich fand die nicht so Velvet. Und ich bin gespannt, ob die vielleicht so richtig schön samt sind. Und ja, hier habe ich Lippenstift und den passenden Lippen einander zu bestellt. Bei den anderen habe ich nur den Lippenstift bestellt. Und der sieht so aus. Der heißt Velvet Duchess. Und das ist die Verpackung von den Lippenstiften. Auch mega schön eigentlich. Und die sind magnetisch. Zack. Die gehen halt auf Mariner zu, ne? Und ja, so sieht das hier aus. Oh mein Gott, Leute. Oh oh. Das ist Velvet, Leute. Das ist wirklich Velvet. Oh mein Gott. Und das meine ich doch. Das ist ja absolut krass, ne? Das fühlt sich auch so an. Oh ja, das fühlt sich auch so an. Oh mein Gott, Leute. Das sieht wirklich toll aus. Oh. Oh, den muss ich irgendwann wirklich ausprobieren. Oh. Der ist wirklich. Der ist wirklich Velvet. Aber der ist nicht so cremig, wie ich gedacht habe. Ich dachte, der wäre cremiger. Und den Lip Planner dazu noch. Ich glaube, bei dem muss man Lip Planner mitbestellen, ne? Okay. Oh mein Gott, Leute. Guck mal was. Das ist das dunkelste Rot, was ich je in meinem Leben gesehen habe. I can't. Oh mein Gott. Das sieht richtig toll aus. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf die beiden. Dann habe ich Velvet Fun. Ich wollte etwas haben, was nicht so dunkelrot ist. Weil dunkelrot trägst du halt nicht so oft, ne? Und das ist auch Velvet, oder? Das ist auch Velvet. Also das sind die velvesten Lippenstifte, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Leute. Oh, der ist cremiger. Der ist auf jeden Fall cremiger. Aber es gibt auch verschiedene Velvet-Reihen, ne? Also das ist jetzt nicht so. Also der ist cremiger und nicht, also ich finde den roten viel Velvet, also mehr samtiger, ne? Aber der ist cremiger jetzt hier. Oh, ich bin gespannt auf den hier. Und dann haben wir hier mal was anderes. Keine Velvet. Kitten Michif. Kitten Michif. Ah, okay. Der ist so glänzend. Der ist so eher glänzend. Okay. Die sind sheer wahrscheinlich eher, ne? Das ist der hier. Oh, auf den bin ich auch gespannt. Ich glaube, das ist ein richtig schöner Alltagslippenstift dann. So, wäre jetzt kein rot oder so übertrieben oder was Natürliches haben will. Oh ja, der ist sehr shiny, ne? Also ich glaube, das ist diese shiny Reihe oder so. Auch mega, mega schön. Also im nächsten Video muss ich mit euch, mit den ganzen Produkten versuchen, einen Look zu kreieren. Auf jeden Fall ist das alles, was ich bestellt habe. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Also auf den bin ich sehr gespannt, ne? Ja, das war's. Das ist alles, was ich bestellt habe. Und sobald die Produkte von Hindash kommen, das ist ja auch ein Make-up-Artist hier auf YouTube und überall. Und ich finde auch deren Looks mega cool. Also Andrea Ali und er sind für mich die Pros ever. Und die sind richtig gut. Also das sind für mich die Besten überhaupt. Und ja, das war's, ne? Puh, ich merke, ich habe heute ein bisschen wirrer geredet wieder. Das ist vielleicht das Wetter hinten. Das ist einfach... Keine Ahnung. Egal. Ja, ich hoffe so sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich über zahlreiche neue Abonnenten. Also gerne diesen Kanal abonnieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr ein bisschen näher sehen wollt an Swatches. Oder vielleicht sogar in Action. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Und für eure Zeit. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ich wünsche euch ja. Tschüss. Taylor. Nächsten houses. Bis zum nächsten Mal.